Ich habe vor 21 Jahren einen Sohn geboren, den habe ich zur Adoption freigegeben. Hier ist ein eindeutiger Aktenvermerk. Der Junge wünscht keinen Kontakt zu ihm. Jakob? Jakob? Kenn ich's nicht. Ich war in einer schwierigen Situation damals und ich dachte, das wäre das Beste fürs Kind. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die man nicht rückgängig machen kann. Ich will, dass Sie mich auf die Prüfung vorbereiten. Das volle Programm. Kannst du mir wenigstens verraten, wo du gerade mit deinem Kopf bist? Ich habe im Internet geguckt. Sie waren mal richtig gut. Eins von diesen Wunderkindern. Und dann sind sie plötzlich völlig von der Bildfläche verschwunden. Hast ja richtig saubere Fingernägel. Lern ich sie auch mal kennen. Ist nicht das, was du denkst. Sagen wir uns, sind das meine Sachen? Was ist das eigentlich mit diesem Noah? Erinnerte dich ja nicht selbst, wie du früher warst. Ich glaube, ich will einfach nur was zurückgeben. Ich greater mich für die Hade. Ich liebe dich. Einmalent, der weib L used. Wieser von Fingernägel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Musik und die Leute zu ihrem Boden schrecken.